So, und der ist weg. Bitte nicht sterben. Puh. War's das, oder kam da noch mehr? Ich hab's schon wieder vergessen. Zeit für etwas Neuromantie. Aktiviere Captain Traces Remini's Szene. Sein geborstenes Gedächtnis soll sprechen. Äh, kommentieren bitte. Danke. Und aktivieren. Schön, jetzt auch noch Rätsel. Ist da noch eine Szene? Nein. Meine Erste ist Zweite von allen zusammen. Wat? Meine Erste ist Zweite von allen zusammen. Meine Zweite friert ein bei Absolutes. Meine Dritte hat all ihre Sinne. Meine Vierte steppt wie eine Spinne. Okay, äh, Rätsel... Von allen gehe ich durch eine Tür. Okay, ein Vierstelliger Code. Äh, das Zweite könnte ich mir schon vorstellen. Was war das Erste? Meine Erste ist Zweite von allen zusammen. Hä? Zwei? Vielleicht? Meine Zweite friert ein bei Absolutes. Das müsste Null sein. Bei Null Grad friert was ein. Meine Vierte hat all ihre Sinne. Äh, da sehen wir eine... Fünf? Fünf Sinne? Meine Vierte steppt wie eine Spinne. Und alles in allem gehe ich durch eine Tür. Also ich glaube, das Erste ist, äh, die Zwei, weil Zweite von allen zusammen ist. Vielleicht ist bei der Übersetzung irgendwas verloren gegangen. So, dann, äh, bei Null Grad friert Wasser ein. Dann, äh, hören, sehen, schmecken, riechen, fühlen. Fünf Sinne müssten das sein. Es steppt wie eine Spinne. Meint er jetzt acht Beine wie eine Spinne? Ah. Ist das gut? Auf jeden Fall ist die Tür aufgegangen. Dann würde ich erstmal sagen, das ist gut. Oh. Keine Drohnen. Nein. Das ist es also. Rückverwandlung. Silla Cartier-Wells großes Projekt. Lieber, die zu gehorsamen Wegwerfinstrumenten gemacht wurden. Finde die Schlampe. Und schneid ihr das verrottete Gehirn heraus. Mann, ihr seid ja immer nett. Ich hab hier links was fliegen sehen. Hey, vier von 55. Vielleicht schaffen wir ja noch irgendwie eine zweistellige Zahl. Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Eure Familien stehen unter Saber-Schutz. Und unser Terminplan ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Unsere Prognosen erwarten zweistellige Manschen im nächsten Quartal. Also Leute, lasst uns die Welle reiten und saftige Gewinne einfahren. Okay. Lady Cartier-Wells ist also eine Superbitch. So, wo komme ich jetzt an dir vorbei? Vielleicht da vorne? Rechts? Ne, rechts! Rechts! Puh! Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Eure Familien stehen unter Saber-Schutz. Der kann nicht hinterherlaufen. Und unser Terminplan ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist perfekt. Vielleicht doch nicht. Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Gut, das mit der Erzten hat geklappt. Bei zweitem muss ich nochmal wohl genauer schauen. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Da warte ich jetzt nochmal. Das ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Unsere Prognosen erwarten zweistellige Maschen im nächsten Quartal. Also Leute, lasst uns die Welle reiten und saftige Gewinne einfahren. Okay. Ja, saftige Gewinne. Lady Cartier-Wells ist also eine Superbitch. So, was mache ich denn mit dir da hinten? Wo fliegst du da lang? Dann kommst du wieder hier zurück. Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Eure Familien stehen unter Saber-Schutz. Also ich glaube, hier hinten sind wir sicher. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Ich glaube, ich habe eine Befürchtung, wie ich vorbeikomme. Unsere Prognosen erwarten zweistellige Maschen im nächsten Quartal. Lauf, 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 Nillen. Lauf. Also Leute, lasst uns die Welle reiten und saftige Gewinne einfahren. Hier geht's nicht lang. Wahrscheinlich da drüben. Die Drohnen kamen nicht bis hier vor. Nö. Okay, bin ergeblich da. Ja. Ich fand das Büro dieser Drecksau. Tja, vor ihrem tragischen Unfall war diese Frau echt ein guter Mensch. Vielleicht sollte ich sie vergessen lassen. Das heilt nicht die physischen Narben. Nein, sie hat die Schuld an dem Unfall. Dämpfe ihre Bitterkeit. Sie muss aufhören, die Welt dafür zu hassen, was ihr passiert ist. Da geht es hin. Philippe, ich will eine Liste aller Mitarbeiter, die trotz meiner Anordnungen gegangen sind. Ja, Madame. Sonst noch etwas? Das war's erstmal. Schwache, dämliche Schafe. Unfähig, das geringste Unbehagen zu ertragen. Ihr werdet unsere Traumalöscher mehr ersehnen als ein Glas Wasser in der Wüste. Eure Verzweiflung schafft mein Vermögen. Ich, ich habe keine Angst. Ich vergesse nichts. Yay, wir dürfen wieder mal im Kopf rumfuschen. Na schade, dass das eigentlich nicht... Das könnte man ein bisschen seltener machen, weil das wirklich so etwas ganz ungewöhnliches ist. Sillas Erinnerung. Vor 20,3 Jahren. Der Unfall. Sieht aus, als wäre das eine Autobahn. Das ist sie, glaube ich. In Jung kann man recht gut erkennen. Silvia, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen, Mammelreferik. Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax, Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorientherapie zu lesen? Hallo, Papa. Ich war gerade ein Taufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauchchen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Stell dir die Möglichkeiten vor, dass menschliche Gedächtnis steuern. Reden wir morgen drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburt liegt. Hör auf damit, Nilin. Beruhige dich sofort. Du kriegst ein Geschenk zu Hause. Nilin, sitz still und sei ruhig. Mami, schau! Nilin, setz dich wieder hin. Nilin, hinsetzen, sofort! Kindersicherung aktiv. Mami will nur, dass es dir gut geht. Das darfst du nie wieder tun. Okay? Mami? 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 Nilin? Mami hat doch gesagt... Siehst du, was passiert? Nilin? Oh, mein Bein. Das ist alles deine Schuld. Tut mir leid, Mami. Tut mir leid. Ziel, lassen Sie Scylla den Unfall verursachen. Das ist unsere Mutter. Ich werde ja gerade bescheuert. Gut, wir spielen wieder ganz am Anfang. Hat ja letztes Mal geklappt. Wir gucken uns einfach alle Möglichkeiten an, was man verändern kann. Und dann gucken wir, was Sinn machen könnte, zu verändern. Da haben wir schon Sachen. Airbag. Wenn ich den Airbag ausmache, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie dann einfach sterben wird beim Unfall. Das will ich nicht. Becherhalter. Irgendwie hier vom Getränk ablenken lassen oder so. So, dann nach vorne. Ja, der Getränkehalter ist weg. Ja, dann stellen wir es halt einfach da hin. Da war was. Das war die Handtasche, wo Nilin unbedingt dran will. Mal reinschauen, was da... Achso, ja, irgend so ein Spielzeug. Spielzeughund oder so. Okay, äh... Damit Nilin nicht so nervt, vielleicht den Bildschirm anmachen. Und jetzt ist das andere verschwunden, ne? Was wäre das andere gewesen? So. Ah, denn da hinten dieses Vieh. Ich glaube, da wollte sie... Machen wir einfach mal das andere erst. Gär war schlimm. Weil, wie kleine Kinder halt so sind, wenn die was zu tun haben und sie will ja ihre Schenk, vielleicht nervt sie dann ihre Mutter nicht so. Hatte ich die Zeit mein Memo über die Memoriel-Therapie zu lügen? Schatz, 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 ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern. Da ist noch ein Hintergrundbild von uns. Auf dem Handy. Na, ich auch nicht. Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst das heutige Geburt. Oh, ich auch. Wollen wir einen Spaziergang machen? Oh, ich auch nicht. Da, Moment. Frontscheibe zerbrechen. Ja, meinetwegen. Kann bestimmt... Naja. Ich glaube, das... Einfach mal probieren. Ich habe keine Ahnung. 2 und R war, ne? Was ist das? Oh, scheiße. Das Memo. Schlechtes Wort, schlechtes Wort. Papa wird mich umbringen. Okay, schon geschafft. Sie hat den Unfall verursacht. Es war einfach und halbwegs logisch. Mami? Nelin? Dein Bein? Oh, mein Schatz. Du warst nicht schuld. Ich war unvorsichtig. Und es war dein Geburtstag. Oh, mein armer Schatz. Es tut mir so leid. Es tut mir auch leid. Ihr Wunsch, nicht? Die Präsidentin von Memorize weigert sich, den schlimmsten Tag ihres Lebens zu vergessen. Ich hatte all das vergessen. Alles. Madame, der Rohrwist wurde auf ihrer Etage entdeckt. Ein Kommandos läuft den Weg nach oben. Danke, Philipp. Ich bin bereit. Das Leben riss uns auseinander. Aber du wirst immer meine Tochter sein. Nie werde ich dir Schaden zufügen. Mami, ich... Geh! Lauf! Er führt dich aufs Dach! Lauf! Lauf! Lauf, nie vergessen. Philipp. Morgen früh überdenken wir die Strategie für das Rückverwandlungsprojekt. Gut, dann... Macht nun alle Schluss für heute. Heim zur Familie. Sie auch, Philipp. Gewiss, Madame. Danke, Madame. Unsere einzige Wahrheit ist unser Leid. Alphonse de Lamartine. Hoffe ich, dass der so ausgesprochen wird. Ich bin die Tochter von Silla Cartier-Wells. Ich bin die vergessene Erbin der Memorize-Dynastie. Was für ein übler Witz. Gerade als ich wieder zu mir fand, einen Sinn erkannte, treibe ich nun wieder auf dem Meer der Ungewissheit. Welches üble Spiel spielt Edge? Kann ich ihm vertrauen? Dennoch, er will mir zeigen, dass sein Kampf gerecht ist. So lege ich ein letztes Mal mein Leben in seine Hände und folge ihm. Er sagte, Memorize's schändlichste Geheimnisse seien unter der Bastille verborgen. Dies war meine Rechtfertigung, meine eigene Mutter zu remixen. Meine Mutter, die ich vergessen hatte. Ich fresse meine Vergangenheit für eine bessere Zukunft. Ich kann nicht mehr laufen. Und ich will antworten. Other Hunters merely pillage memories, but you can remix them. Remember us. Edge was right to bet it all on you. Everybody's counting on you! What was that? Dr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020